Diese Punktkombination heißt Fouca. Sie befindet sich auf der sogenannten F-Linie, der ulnaren Seite des proximalen Phalanx-Knochen des Daumens. Lokalisieren Sie zuerst die Grenze zwischen roter und weißer Haut. Dann teilen Sie den Phalanx-Knochen in drei Teile auf, sodass Sie zwei Punkte lokalisieren können, ein Punkt genau hier und einer da. Ziehen Sie die Haut etwas runter und stechen Sie den Punkt von oben. Er befindet sich auf der Seite des Daumens, ein Drittel vom distalen Ende des Phalanx. Für den zweiten Punkt lokalisieren Sie wieder die Grenze zwischen roter und weißer Haut und stechen Sie den Punkt ein Drittel unterhalb des ersten Punktes. Die beiden Punkte liegen jeweils ein Drittel bzw. zwei Drittel zwischen den MCP- und PEP-Gelenken.